Ja, ich werde endlich eingewiesen, würde auch mal sein. Biegen Sie links ab, mein Mann. Alle da? Gut. Wir machen das ganz einfach. Es wird nicht lange stehen geblieben. Ich laufe als allerletzte. Nach mir bleibt keiner stehen. Da wird auf niemanden gewartet. Wenn ich sage, es geht weiter, geht es weiter. Wieser läuft als erstes. Er ist auch der Erste. Außer Auer, der vielleicht vorne wegrennen darf. Aber mehr gibt es nicht. Wir haben genug Spotter. Ein paar haben auch ein Funkgerät. Also im Notfall können wir auch mal schnell stoppen. Wir haben genug zu trinken dabei. Sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Und ansonsten habt Spaß. Wie gesagt, ich bin das Letzte. Leute, das ist ein huge walk, ein huge standing. Ach so. Oh, der erste ist schön. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Ich liebe es. Ich liebe es, darling. Ich liebe es, wie ein Amerikaner Tourist. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist eine deutsche German-Guard-Rolle, die dich weniger als eine deutsche. Ah, cutie. Ja, das ist ja ein sehr guter Mensch. Ja, das ist ja ein sehr guter Mensch. Aufgehen, aufgehen, zwei Tage, luchen da, oben, oben, drei Tage, da. Oh, oh. Also wenn wir nach 2.5 Uhr noch nicht bei der Pause sind, offensichtlich noch. So, wir müssen das machen. Nein, jetzt sieht man die anderen Leute nicht. Und direkt in den Kamer. Verstorben. Sorry. Hallo, Dagen. Ich glaube, ich habe dir gerade vorhin gar nicht Hallo gesagt. Ja. Oh, das tut mir leid. Nach dem ersten Mal kommt auch ein zweites Mal und dann war ich drin. Ich habe meine Seele schon gerade verkauft und unterschrieben. Sehr gut. Direkt gesehen und direkt dir einen Verein unterschrieben? Ja. Smooth. Ich habe viel zu lange Entzug gelebt und das ganze Furrysein unterdrückt. Und die zehn Euro tun mir nicht weh. Okay, wann hast du denn... Also wann ist das denn hochgekommen? Dann irgendwie während Corona, wenn man eh keine Chance hat, was zu machen? Ich habe vor zwölf Jahren meinen Second Life Account eröffnet gehabt, bin jetzt aber acht oder zehn Jahre schon aber Abstinenz. Und ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Also ich glaube angefangen hat es insgeheim schon in der Jugend und Kindheit. Ja, irgendwie so Storys hat man irgendwie immer. Ja, aber die Partnerinnen fanden es immer grinch und creepy und dann hast du es halt unterdrückt. Und mittlerweile sage ich, ey scheiß drauf, was sind eure Denken. Also mich werden hier Leute auch, wenn ich mit euch noch, erkennen und irgendwann werden die über mich geredet. Meinst du? Ja. So populär? Man kennt mich. Meine Familie ist Stadt bekannt, deswegen ja. Aber ich habe meine Familie schon vorgewarnt, dass ich das jetzt heute mache. Oh weh, oh weh. Aber ich habe erst am Vatertag die Bombe platzen lassen bei meinem Papa, dass ich uns mit einem Typen gedatet habe. Wo geht denn das? Was ist denn das? Das ist lustig. Hä? Das ist lustig. Ja, das weiß ich. Ja, das freut mich. Ja, und was heißt das? Was ist das denn? Das ist lustig. Das ist tatsächlich eine Spaßbeanstaltung. Das hat kein großes Wieso ist halt warum. Ach so, Spaß ist keine große Bedeutung. Bloß Spaß. Ja. Ja. Es ist einfach ein extravagantes Hobby. Und noch Spaß. Die Party. Das ist aber auch sehr schön. Oh, sehr schön. Oh mein Gott. Was ist das denn? I can't handle the love starring. Why doesn't it have actually like one... Okay, it might be a bit cringe on him though. Looks way much better on his suit though. Yeah. Bisam, sie wurden überholt. Sie sind nicht mehr die vordest Front. Sie müssen diese Tür blockieren. Mit all ihrem Sein. Du sollst nicht entkommen. Äh, das ist ja gar nicht. Auf mein Ziel. Aua. Entschuldigung. Eins fahren. Ja, 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 ja. Geht hier nicht gut. Ja. 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 Nein. Nein. Ja. Ja. Na, ja. Philipp. Ja, ja. Ja. Es ist nun Los. Wenn du dich bist. Das große muss das klein sein, das musst du klein. Das wird schwierig. Passt, passt. Passt nicht, passt nicht. Ich weiß nicht was ihr euch habt. Au, himmestick. Hallo? Ich werde nicht jüde. Stau, Stau. Schau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit etwas Glück kann er das in Ordnung schneiden Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020